Das sind zwei Hausrotschwänzchen. Die können noch nicht fliegen, aber ziemlich schnell hüpfen. Man sieht es schon bereits am roten Schwänzlein hinten und auch an diesen Wippen, wenn die sich hinsetzen. Das ist so typisch für Hausrotschwänzchen. Das ist ein Insektenfresser. Das sieht man an dem ziemlich spitzen Schnabel. Also beim Spatz geht es vorne an der Nase doch höher, keilförmiger und das ist ziemlich spitz einfach. Die sind noch klein, sieht man am Pflaumen. Also gut befiedert schon, aber noch nicht flügig. Die sind auch runtergefallen im ziemlich hohen Nest. Nur Halmchen verfüttern. Das ist ein Insektenfresser. Das ist ein Insektenfresser. Das ist ein Insektenfresser. Das ist ein Insektenfresser. Das ist ein Insektenfresser.